Autobahn. Gebe Gas. Achso. Weil ich nochmal Gas geben hier. Achso. Boah, da kann ich nicht lenken. Nach links oder nach rechts? Nein, rechts. Rechts. Wir suchen nochmal Reifen für das andere Auto. Hat das jemand markiert jetzt? So, halte mal an. Ist der Zombie weg? Der Reifen ist aber noch nicht ganz repariert, aber egal, der passt. Wieso kann man Reifen nicht ganz reparieren? Wir müssen doch theoretisch nur an der Hauptstraße zurückfahren, oder? Ja, oder wir fahren nach unten, dann können wir Foxy mitnehmen unterwegs. Ja, lass uns doch das andere Auto erst noch holen. Oder so, das kann ich auch. Warum hab ich denn jetzt die Knochen gebrochen beim aus dem Auto aussteigen? Der Zombie hat dir die Knochen gebrochen. Nein, ich konnte ja noch zum Auto laufen. Null. Weißt du, wo du hin musst? Nö. Wir müssen rechts, ne? Ja, ich fahr einfach die Straße nach, oder? Das ist Autobahn. Ich glaub nicht, dass die da hingehen, oder? Warte mal, ich guck mal auf die Map. Ja doch, da kommt da hinten ein Kreisel, da kannst du dann rechts runter. Okay, dann irgendwie geh mich einfach mal. Achtung, Turbo. Oder auch nicht. Oh, wir sind ganz schön schnell unterwegs, oder? Kann das sein? Ja, relativ. So, da hier fährst du jetzt bitte rechts. Okay, wir bremsen mal. Ist das schnell um die Ecke? Also die erste Ausfahrt raus. Boah, wer macht denn hier so einen Balken dazwischen, Alter? Ja. Keine Ahnung, ich guck nur nach der Map. Die krieg ich ja auf der Map angezeigt. Und da raus, ne? Die raus, ne? Die erste Ausfahrt, ne? Oh, die Straße bis zum Ende und dann wieder rechts. Hey, hier ist nur 50 erlaubt, die darf ich nicht so schnell fahren. Boah. Boah. Echt? Okay. Piep, 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 piep. Boah. Eleg. Nehmen wir das Shit auch noch mit, komm. Ist gar nicht so leicht, das Teil zu fahren, Alter. Fahren wir nicht, Foxy, abholen? Nein. Wir wollen das andere Auto erst noch fixen. So, willkommen in der City. Ja, soll ich sie irgendwo abstellen? Soll ich sie irgendwo abstellen? Kurze Frage, soll ich sie irgendwo abstellen? Joa, äh, Parks irgendwo, wo es nicht gleich auffällt, oder? Wohl bei so vielen Leuten auf dem Server. So, halt dich mal an. Ich brauche jetzt erstmal von einem von euch Morphine, ich habe nämlich keins. Hast du gebrochene Beine? Ja, als ich beim Auto aussteigen habe, ist die Beine gebrochen. Beim Aussteigen? Ja. Wir haben aber welches im Auto drin. Guck mal, wie da liegt, Alter. Ja, im Auto habe ich was reingepackt. Ich habe auf ihn reingepackt. Wir können auch mal das Krankenhaus... Wir können das Krankenhaus... Wir können das Krankenhaus mal gleich leer räumen, ey. Genau, ich habe mir meinen Rucksack auch leer gemacht. So viele Zombies. Fucking shit. Ist bloß nicht laufend. Was haben wir hier noch alles gehabt, so? Hier haben wir noch eine Glasscheibe. Brauchen wir noch eine Glasscheibe? Ja, pack mit ein. Da habe ich 3... Da habe ich 3... Braucht jemand noch M9-SD-Magazin? Ich glaube nicht. Es ist Schalldämpfer. Hat keiner von uns. Take Windows. Ich packe... Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Ja, ja. Ich packe eben mal schnell das Dings rein. Die Glasscheibe. Ja. Warum ist da hinten ein Zombie-Akron, der hier vorne nicht? Na ja, ich renne mal durch die Lagerhallen durch und suche mal Reifen. Okay. Ich komme mit. War da jetzt nur Reifen kaputt? Ja, nur Reifen noch kaputt. Zwei Reifen brauchen wir dafür. Zwei. Hier liegt ein Motor. Was war das? Was war das denn? Eine Rauchgranate. Du hast mich getroffen, du Drecksauch. Wie, ich habe dich getroffen? Ich bin da durchgelaufen und habe einen Schock gekriegt. Ich höre nichts mehr. Ja. Lol, lol. Da liegen... Habe ich den Zombie damit tot gehauen? Ja. Ja, du hast mich ja auch damit getroffen. Wie? War das vielleicht eine Blankgranate oder so? Ja, das war eine Blankgranate, der Vogel. Auf dem Video lief keine Rauchgranate. Ich wollte gerade sagen, weil irgendwie... Vor allen Dingen höre ich auch so ein Piepen. Ja, ich höre gar nichts mehr. Hier ist noch ein Motor. Ich habe Zombies am Arsch. Ja, hier ist noch ein Motor. Alter, drei Motoren, ey. Schock. Oh, ich glaube das war meine Handgranate, den Moment ich geworfen habe. Fuck. Sorry. Du Fotzenkönig, Alter. Ich dachte gar, wieso hab ich einen Schalen gekriegt, ey. Ich hab alles weiß gesehen. Ja, aber ich hab mich... Alter. Ich hab jetzt wieder... Weg! Mach schon wieder! Was ist Shit schon wieder geworfen? Alter. Boah, Junge. Alter, da werfst du schon wieder was? Alter, da werfst du schon wieder was auch nicht? Das war mal der D-Dig geworfen. Nee, Alter. Boah, ey. Ja, hast du aber Glück. Ich sehe alles noch ganz gut. Also du hast mich nicht so gut getroffen. Oh, Blut, ey. Das könnte bei Foxy auch so passen. Der macht das auch immer gern. Irgendwas Feiertes werfen. Ja. Also Motor liegen hier ja, ne? Ja. Alter, wer hat der so... Das ist eher, das ist eher, Mann. Er lockt die ganzen Zombies an. Hier liegt noch ne Drinkflasche und noch ne... Hab ich schon, hier hab ich im Auto genopst. Lass mal nach vorne hingehen, du. Da, die Halle. Ja, ich find mir da noch nen Reifen. Ich glaub, hier war noch irgendwo einer. In der rechten Halle? Ja, ich glaub nicht. Wir gehen einfach mal hoch hier. Da liegt ne Toolbox. Haben wir noch ne Toolbox? Brauchen wir noch eine? Bestimmt. Gib mal mit. Ich glaub ich eine. Nimm doch eh keinen Platz weg. Kannst du also einfach Decklos mitnehmen. Ach stimmt, die kommt unten rein, ne? Ja. Ich geh jetzt mal hier in diese rote Halle. Ganz außen. Braucht noch jemand Standard-Munition? Ne, im Auto ist sogar für mich noch Munition drin, glaub ich. Ja. Ich brauch Standard. Standard hab ich. Ich glaub ich brauch AKM. Cool. Das ist auch gut. Äh, wo seid ihr jetzt alle? Du Gott? Ich bin bei dieser großen roten Blechhalle draußen. Wo ist denn die große rote Blechhalle hier? Ich bin in der Halle, wo wir grad hochgegangen sind. Ach du bist oben? Bist du grad drin? Ja. Achso. Ja, ok. Da ist nix. WTF, hier ist noch nix gespawnt. Ach nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Wir müssen eins formen, aber ich bin dort auf der Suche. Vielleicht schaffst du es ja bis uns hoch. Da vorne müsst ihr stehen, in dem Hütz drin. War schon jemand in der großen alten Hütte? Wir waren da hinten noch nicht, Duka. Lass doch mal hin. Boah, da hinten. Achso, da ist Chris. Da ist ja auch noch alles was. Oh, man sieht die sogar laufen da hinten. Von hier. Ich will auf das fucking Kriegsschiff, man. Musste hinschwimmen. Hier ist auch noch nichts. Mach vor, das kannst du wirklich benutzen, Alter. Das wäre hart. Ey, hier liegen zwei Autoreifen. Oh, hier liegen echt zwei Autoreifen. Das ist nicht euer, ja. Ja, die hängen hier so, die hängen hier alle so dran, aber die sind buggy. Kannst du nicht nehmen. Aber das wäre gut, wenn du sowas könntest, ey. Das wäre echt gut. Aber warum sind hier noch keine Zombies? Hier liegt aber auch noch kein Loot, verdammte Kacke. Malten, oh Gott, 60 FPS? Ja, ich auch. Ich nicht. Ich nehme ja auch auf. Ich habe 50. Und ich nehme auf. Wie kannst du denn 46 haben nur, Foxy? Du hast die dickste Grafikkart von allen. Du hast nicht dieselbe wie ich, mein Freund. Das wollen wir mal festhalten. Was? Ja, aber ich habe eine OC. Und ich habe drei Lüfter. Ich habe eine Gigabyte. Was ist denn da drin, Alter? Ich will da nicht reingehen. Ich habe irgendwie Angst, da reinzugehen, Alter. Hier, du, gerade immer eine Zombies ab. Guck mal hier. Was war denn in der Hütte drin? Nichts. Sicher? Stimmt, crap. Ach, verdammt, jetzt habe ich eine Granate, auch eine Granate geschmissen. Ja, aber jetzt haben die Zombies ein bisschen Beschäftigung. Ich finde hier keine Reifen. Ja, dann lass Foxy abholen, der hat noch einen Reifen. Ich habe noch einen Reifen. Ich bin gerade auf dem Weg zum Gangenhaus in Postolium. Boah, warum laufen wir hier eigentlich ganz lang, wenn wir ihn aufhören? Warum lauft ihr überhaupt da unten lang? Wer kommt mir da entgegen? Ich bin da oben. Ach, das ist Dukat. Achso, das ist Dukat. Du bist es doch. Ach doch, bin ich. Ich bin oben. Ich bin oben am Gerüst. Ich habe keinen Bock auf Zombies, deswegen laufe ich oben lang. Also, hier ist nichts. Gehen wir zum Auto und machen erst mal das Krankenhaus soweit leer. Müssen nur aufpassen. Ich sehe dich. Komm mal hier oben. Ich sehe dich. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen, Alter. Das Auto hat so und so viele Plätze und in letzter Zeit sind die Autos wohl ziemlich buggy. Das ist 50 Plätze, was du mal bei alles sehen. Das sind ja die ZDB nachschauen, was für Art du wie viele Plätze hast. Meistens 50. Ja. Das Problem ist, dass du hier reinpackst, das Zeug einfach verschwindet. Ich würde sagen, das Wichtigste wird eingepackt. Wichtigste Morphium und Blut. Und Antibiotika suchen. Ich weiß wirklich mal was ist. Wenn es da was gibt, ja. Irgendwo ein Zelt, ne? Das irgendwo habe ich schon wörtlich genommen. Mitten in die Stadt, einfach auf der Straße. Mitten auf die Autobahn hat er es gestellt. Da bin ich wieder. Ich bin direkt hinter dir, ne? Nicht wundern. Ich bin oben am Gerüstland gelaufen. Da läuft ein Zombie, Alter. Der raged. Und wie er läuft, ey. Ich bin raged, Zombie. Ja, ja. Ich muss umlegen, was trinken, wenn wir am Krankenhaus sind. Oh, ja. Das wäre aber nicht schlecht. Im Park ist das Auto direkt davor, jetzt, ne? Wo ist denn du Gott? Braucht ihr was zum Futtern, weil dann schlachte ich mich. Ja, das haben wir alle. Sie haben ja alle ein Messer dabei. Das MP. Verhungern, du bist ein Tussi eigentlich nicht. Dann geh mal bitte da auf den Beifahrer sitzt, dann, ne? Oh, ich bin Fahrer. Ja, geh mal weg da. Ah, nein. Geh mal weg. Hey, hey, nicht losfahren, Leute. Scroll mal runter, scroll mal runter. Geh auf den anderen Platz. Jetzt, jetzt. Oh, nein. Jetzt ist recht nicht losfahren. Jetzt. Hab ich jetzt das Auto? Ja, jetzt hab ich das Auto. Weg, pizdich. Oh, der überfährt hier die Zombies. Ach, da muss ich ja drehen, Alter. Wo war denn das Krankenhaus nochmal? Wir fahren ja Dings, glaube ich, lang, ne? Wir fahren ja eigentlich das Deckard auf der falschen Seite. Äh, keine Ahnung, das weiß ich auch nicht. Weiter steht der Motorrad. What the fuck? Kann sein, ja. Der Maps gibt es Motorräder. Rechts, glaube ich, war das Krankenhaus, ne? Rechts? Ja, da steht der Moppet. Ja, wie geil. Der, weißt du, der ist ein paar Stunden auf dem Dings und findet direkt Moppet und wir suchen uns gestern zu Tode und finden gar nichts. Oh, Gott. Sanchez fährt, ne? Ja, ja, Sanchez fährt. Oh, der kann nicht fahren. Ach, der kann fahren. Warum müssen wir ihn fahren? Eigentlich hat Sanchez Fahrverbot bei uns. Ja, ich kann, ich hab's gelernt. Rechts abbiegen. Der fährt immer gegen Ende und so. Na, ich hab's gelernt mittlerweile. Das fährt, auch wenn der Reifenkastung der Ihnen zeigt wird. Ja, das kann auch sein. Das ist Krankenhaus, ne? Jo. Anhalten. Warte, stell mich passend hin hier. Zack, so. Das ist ein bisschen Panzer. Das ist nicht dein Ernst. So, Alter. Jetzt haben wir hier schon das drin. Ja, Blatt brauchen wir bestimmt auch mitnehmen, oder? Ja. Obwohl, das sind schon sechs Blattpacks drin, ne? Ja, lass uns auch auf zehn erhöhen, oder? Sicher, sicher. Bei drei hab ich noch einstecken. Eins, zwei, drei. Dann packt du die da rein, dann brauchen wir keine Blattpacks. So, hab ich jetzt neun Stück im Auto. Schade. Was haben wir hier noch drin? Auch Blattpacks. Profium brauchen wir noch ein bisschen, da haben wir jetzt nur zwei im Auto. Nur zwei, aber dann packe ich mal die Fünfe noch rein. Ja, Morphium ist wichtig, oder? Das ist echt extrem wichtig. Das ist wegen dem Panzer kann man nicht rein, was ich gerade sehen. Schade. LOL. Wir müssen hier noch einiges reparieren. Repair Glass, Repair Glass 3. Hier ist noch Morphium ohne Ende. Boah, der Pan... Das Auto ist total schrott schon. Der eine Reifen ist auch schon total schrottig, ey. Du kannst mal gucken. Ich werde jetzt mal das Glas gleich reparieren, ne? Es ist alles... Es ist nichts Schlimmes, was kaputt ist. Ich werde das Glas trotzdem reparieren. Das eine Glas ist ganz schön beschädigt, das reparier ich mal eben. Dann kann da keiner so schnell reinschießen, weißt du? So, you have successful attached. Ich habe jetzt nochmal drei Morphine reingeschmissen. Ja, okay. In die Kabu, in die Türgepöre, Leute. Liegt da ein Zombie? Ist der noch tot, Leute? Der lebt ja noch. Riecht ja direkt vor mir, der Zombie. Der Fug, ey. Drei Morphine, ja, das ist ja ganz schön gut. Morphine ist genug drin und Blut auch. Ja, ich denke, da sind wir jetzt gut ausgerüstet, ne? Ja. E-B-Pens brauchen wir, glaube ich, nicht. Haben wir Pain-Killers auch drin? Ja, Bandagen wäre auch nicht schlecht, glaube ich, ne? Ein paar zumindest. Weiß einer, wie viel Grätsches Motorrad hat? Äh, keine Ahnung. Keine Ahnung. Hat er gerade irgendwie geschossen? Nein. Aber ich schieße jetzt. Nehme mal die kleine, wo... Ich habe die Motorrad, die gerade vergüttet. Nehme ich immer die kleine, wo mich nicht die großen. Und dann, wie die kleine noch voll ist, nehm ich die auch noch. Da ist noch ein paar Pain-Killer, sollte man vielleicht auch mal mitnehmen. Ich packe jetzt nochmal ein paar, äh, Dings, Bandagen ein. Mhm, nochmal. Sechs Stück sind drin, ein paar mehr mitnehmen, ne? Ja. Ich habe jetzt hier noch ein paar eingepackt. Ich habe jetzt hier vier Stück, ich packe die noch rein. Ich mag zum Beispiel nicht hier neben meinem Auto stehen. Für was war denn bitte ein E-P-Pen nochmal? Wenn du hier defibrilliert bist, du voll durcheinander so... Also, äh, wie heißt denn das hier? Betäubt sozusagen. Also, ein Schock hast. Ein Schock. Ein Schock, genau. Ein Schock. Ja, braucht man eigentlich nicht. Hey, Blatt-Bag. Doch, manchmal braucht man das, wenn man Foxy dabei hat. Ja. Da kriegt man öfters mal einen Schock. So, ich krabbel jetzt mal rum, außenrum, aufs Krankenhaus drauf. Und guck, ob ob obendrauf vielleicht ein bisschen Antibiotika oder irgendwas liegt. Ja, aber erst pass auf den Zombie auf, als du gerade. Läuft mir hin.